Nee, oder? Ich hab das erste Mal bei diesem Temu bestellt. Und diese Sachen müsst ihr euch jetzt anschauen. Ich muss nämlich zugeben, ich hab mich nie getraut, von dort zu bestellen. Aber einige Sachen da sind ganz süß. Oh, schon kaputt. Nächstes hab ich so eine Umhängetasche bestellt, in Form einer Chips-Tüte. Werde ich niemals anziehen, hab sie aber jetzt. Kennt ihr diesen Seifenspender, wo man so drauf macht und dann so eine Blümchen-Seife auf deine Hand kommt? Ist es... Oh! Eine Kerze in Form eines Käse. Ihr glaubt, das ist schon verrückt. Wartet auf diese Handysel, ne? Einfach sechs so kleine Smiley-Mini-Tattoos. Ist so süß, das hängt man sich einfach ins Auto. Damit einfach Unfall. Ihr könnt mir nicht sagen, jeder braucht einen Schlüsselanhänger, der aussieht wie ein Chicken Nugget. Kommentiert mal, ob ihr schon mal was auf dieser Seite bestellt habt. Und ich hab noch Schleim. Kurstagskarten auch immer gut. Fragt nicht, das ist eine Fake-Zunge. Das ist so cool. Einfach ein Pin. Hä, was ist das? Ah, das hier. Kommen wir zu der craziesten Handy-Hülle. Und ratet übrigens mal, was diese ganze Bestellung gekostet hat. Das ist einfach praktisch, oder? Das ist einfach praktisch, oder?